Wenn man Ältere beleidigt, beleidigt man auch Allah, sagen Sie. Ah, nee, das ist nicht richtig. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte uns in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, derjenige, der nicht die Älteren respektiert, wertschätzt, sie ehrt. Und deswegen, ein Muslim achtet darauf, dass er auch gut zu den Älteren ist. Und wer nicht zu den Jungen barmherzig ist, so gehört er nicht zu uns, sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen sollte man darauf achten, dass man die Älteren ehrt und auch die Jüngeren Barmherzigkeit erweist. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam.